Was fehlt auf meinem Kanal im Jahr 23 als erstes Video? Heiße Mädels, knappe Sachen, was alles andere als Let's Player nicht machen. Willkommen bei Christian Elche 3000 mit dem Spiel Pretty Girls Prackers hier auf der Playstation 5. Ich begrüße euch herzlich hier mit einem Spiel, was im Januar angeboten dabei war. Und hier ist das Spiel, was wir auf jeden Fall als erstes Let's Play in diesem Jahr starten. Ein schönes Spiel, klein oder aber auch fein. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Mein Name ist Christian Elche 3000 und wenn euch das Video gefällt, dann einfach mal liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist Kameradon. Wir drücken, starten. So, ein Spiel, ja, wie kann man es sagen, ein Art wie Shutter oder Pingpong oder sowas, keine Ahnung. Ideen erstmal auf Optionen. Wir haben noch ein bisschen mal runtergeschraubt, was die Lautstärke angeht. Wir lassen es mal auf Englisch. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch und mal schauen, was uns erwartet, wie viel Spaß es macht. Und let's go. So, A, O, I, 1. Okay, gibt es noch was anderes? Aha. Ah, das sind die Gears, die wir uns hier auswählen können. Die Anime Gears, wo man niedliche Outfits freischalten kann. Ich würde sagen, wir fangen einfach bei der hier an. Die sieht schon mal interessant aus. Und let's go. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, links unten, oh, müssen wir mal schlagen. Ah, verdammt. Nein. Scheint doch ein bisschen. Wir werden beschossen. Schießen wir mal wieder zurück die Bälle. Nein. Scheint doch komplizierter zu sein, wie ich mir so vorgestellt habe. Okay, man könnte das Ding nicht kaputt schießen. Das ist blöd. Ah, kommt dazu gar nicht, die Sachen einzusammeln. Wie schnell wie das wieder runterkommt. Ah, okay. Noch einmal auf ein neues. Scheint doch komplizierter zu sein. Ja, wir bleiben jetzt einfach so dabei. Hahaha. Oh, zwei Bälle. Ach, zwei Bälle. Ach, zwei Bälle. Oh, zu viele Bälle. Nein. Wieso schießt der auf mich? Das ist unfair. Nein. Das Ding kann man nicht kaputt machen. Das ist ein bisschen blöd. Mal gucken, ob wir das Fleisch jetzt hier abschließen können. Okay. Noch drei Stück. Noch drei, noch zwei Stück. Nee. Ah. Ah, Finish! Wir haben es doch noch geschafft. Okay, ein Rekord. Ja, ein Rekord, das müssen wir erst mal machen. Okay, gehen wir mal zu der nächsten Stage. Das hat es jetzt nicht so gebracht. Sollten wir uns vielleicht nur auf Heimball konzentrieren? Okay, wir haben eine Barrikade. Sehr schön. Sehr anspruchsvoll. Aber dass sie zusätzlich noch runterschießen, erschwert das alles hier ganz schön. Ah! Ah, komm, nein! Ah! Ah! Okay, den haben wir auch. Müssen wir noch den da oben kriegen. Nein! Ah! 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 Sie schafft! Ah! Summary Stage 2 abgeschlossen. Sehr schön. Sie schafft! Wie ist denn, was wir jetzt verenteilnen Ah, verdammt. Nein. Ah, das zeigt unten an, wie vieles Mal die von betroffen werden. Nichts da. Nein. Nein. Kann nicht mal schießen. Okay, muss ich gucken. Ja. Nein. Oh, das war knapp. Ja. Ah, daneben. Ist das da recht? Da haben wir. Ah, verdammt. Slow motion jetzt, oder wie? Ja. Ja. Ah. Komm schon, wir müssen das da oben. Ah, sehr schön. Und wieder zurück. Ja. Komm, 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 komm. Ah. Hört auf, auf mich zu schießen. Haben wir nur noch eins? Na, verdammt. Timm mal. Es muss noch mal machen. Nein. Nein. Ah, komm. Nein. Ah, Gott. Es ist schwieriger, wie es aussieht, Leute. Die Übersicht zu behalten, das ist etwas schwieriger für das Spiel. Ja, wir haben das schon mal. Okay, das haben wir auch weg. Ja, das ist echt. Sprech. Schwierig. Uh. Wieder zurück damit. Okay, das ist schon mal weg, sehr schön, das muss man nur noch da drüben mal halten. Okay, probieren wir es nochmal, komm. Das kriegen wir irgendwie hin. Dass die halt da durchschießen dürfen, das ist doch doof. Das ist gemein. Ah, ich hab so stark jetzt eingesammelt. Okay, gehen wir mal zurück. Okay, es gibt immer vier Bereiche, im Endeffekt. Wir können mal zu dem ersten gehen, mal gucken was der uns erwartet. Es scheint einfacher zu sein hier. Okay. 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 Leute, meine Hustle mal hoch machen. Aber das war so einfach. Ach. Uh, das war knapp. Ja, ja, ja. Ah. Und Slow-Motion. Und jetzt, jetzt? Ah, genau. Wäre fast gewesen. Wäre fast gewesen. Puh. Man merkt schon, wenn man mit der ... ... mit dem ... ... wenn man abgeschossen wird, dass man dann schon mehr wegkriegt. Super, gerne. Wäre fast gewesen. Ja. Kann man auch die Pana und die Pana wegkriegen. Und jetzt kann ich die Pana wegkriegen. Alter. Ja. Und noch eine Pana. Oh, da, 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 da. Ach. Ja, nächste Runde. Ja. Ja, das war halt gut. Ich muss unten bleiben. Ach. Ja? Ja. Ja. Ja, man kann sich nicht um alles kümmern, aber Finish! Nice! Ja, nächste Runde! Nein, das geht doch besser! Ja, die haben wir schon mal weg. Das ist jetzt mehr die Linke weiter. Ah, die haben wir schon mal weg. Das war's oder wie? Das sieht schon anders aus. Ah verdammt. Wer nicht zu viel will. Das sieht schon aus. Ja. Das sieht schon aus. Das sieht schon aus. Ja. Das scheint ja schon an den letzten oder wie hier. Guck schon, irgendeiner muss auch treffen hier oben. Sehr schön, nur noch einer. Na. Kann da nicht wahr sein. Trifft doch mal. Jetzt komm. Nein. 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 Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ach, endlich. Meine Fassern. Das ist ja ein Krampf. Ach so. Na. Ja. 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 Ah. Null Heden. Das Kotex. Das war nur ein Funky verkackt. Ja. 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 Na das kein努力 bin. Ja. Nur wenn ich pueda. Ja. Ja. Wörter. Jetzt, denk mal. Genau. Aber, hören die richtig. Schalbe von, oder? Okay, da haben wir nur das hier freigeschaltet, da haben wir das und das freigeschaltet. Da muss es noch mehr geben. Aha, das sind die anderen hier. Mhm. Mhm, okay. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Das können wir aber dann, denke ich mal, in der nächsten Session weitermachen. Wir wollten mal kurz mal reinschnuppern und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn ihr gerne mehr sehen wollt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, dann sofort ist kein Mock. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Ejtl 3000 mit dem Spiel Pretty Girls Breakers. Ciao.